Ja Leute, was geht? Und es geht weiter mit einer neuen Folge, einer neuen Season von Dying Light. Hier mit mir, den Pirates. Wir sind jetzt hier in der alten Stadt. In Sektor 0 angekommen. Und ja, wir müssen jetzt zu Troy. Ja, hier sind wir jetzt. Hier haben wir schon einiges an Dinger. Ja, ich meine, wir können ja... Aber wollen wir mal ganz kurz machen? Ich weiß es nicht. Wollen wir die kurz jetzt alle einnehmen? Und dann dort. Wir sind da eigentlich. Da wird es eigentlich verloren, ne? Wollen wir die mal ganz kurz einnehmen und dann machen wir die Hauptprost. Ja komm, machen wir das. Weil, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber man hat es dann jetzt nicht getriggert. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die Nacht anbrechen kann, weil das wird dann eigentlich ganz intelligent. Oh Gott. Können wir auch ein bisschen einmal Sidescenen hier machen, hier in der alten Stadt. Das ist ja eine neue Location jetzt sozusagen. Da hatten wir jetzt jetzt mal ja aufgehört. Ja das ist es. Haben Sie bei einem... haben Sie immer die Probleme? Nö. Gut. Äh, okay. Da halte ich mich dann doch lieber raus. Wo? Ah, was soll's. Alt, ob er mich jetzt getroffen hat. Was denn? Alter, warum ruckelt das hier jetzt so? Wow. Alter, na ganz toll. Willst du mal hilfreich, willst du mal nett sein? Dann kriegst du von der... Wirst du von der Arsch trott. Nö, ich verbiss mich. Nö. Ah, wir können es uns schon nachher noch hinlegen oder bekommen die Energiebücher noch zurück. Überleben wir wohl getötet. Ja, scheißegal. Ganz ehrlich, das ist mir dann doch ein bisschen zu hoch. Alter, jetzt geht es schon wieder los, ich rumgerucke. Ah, Mensch, das nervt ein bisschen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mich nervt sowas tierisch. Also, ich hab gar nicht damit ein Problem, wenn ein Spiel jetzt irgendwie sagt, okay, es läuft nur kontinuierlich auf 30 Bilder oder so. Da hab ich gar kein Problem, ne? Aber wenn das in so ein Geruckel ist und hier ruckelt und da ruckelt, dann ist das schon ein bisschen scheiße. Wollt ihr unten jetzt hingehen, ne? Also, ich sehe auf jeden Fall, hier wird es schon gefährlicher als in den Slums. Als ob ich den... Ja. Keiner. Irgendwie auch, wie ich schon gebissen wurde, ne? Yeah. Und dann machen wir erstmal die hier fertig. Ich weiß ja, ob wir Opfer aufwünschen legen können, das werden wir ja mal ausprobieren. Denn wenn nicht, dann wäre es, dann würde er für nachts eigentlich nicht anbrechen. Na gucken. So, klar. Klar, als ob. Nein. Was? Was? Nein, nein. Oh, was denn? Ich hab doch schon mal gehört, der den Scheiß nicht will. Was ist mit dem alle einspielen? Soll ich mal kurz kurz gucken? Gucken. Ah, man kann. Okay, man kann auch nur pennen, das heißt, die Nacht funktioniert. Ich glaube, hier wird die Nacht vielleicht auch noch ein Tick härter als in den Slums. Auf jeden Fall wird bestimmt spaßig. Gut, dann, wie ich sage, komm, mach ich erst mal ganz kurz machen. Bevor wir jetzt hier hardcore durchstarten mit Quests und so. Ich meine, das ist eine tolle Safe Zone, ne? Die ist total safe. Lassen wir das nochmal ganz, ganz kurz machen. Dann haben wir das fertig und dann, 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 dann machen wir es ja hier zwischen den Nebenquests, überhaupt um Nebenquests. Dann haben wir das schon mal, weil das, ich hab mal gesagt, ich hab ganz gerne die Sicherheitsschutzung, gerade weil es hier sehr, sehr hart ist. Ich glaube, ich sehe jetzt so ein erst mal, glaube ich sogar gar nicht so schlecht. Ich meine, es ist ja das Gute, es dauert ja irgendwie keine Ewigkeit. Aber ich würde sagen, oh Gott, äh, zum Glück habe ich das Ding hier. Da bin ich eigentlich sehr froh drüber. Das ist das Ding, ja. Ich glaube, hier wird uns, werden wir sowieso mehr Kleidern erklären als in den Slums. Also, hier werde ich mich durchgehend auf den Dächern aufhalten. Was ist los? Tööö. Ah, nee, er hat's überlebt. Ich hab dich eigentlich, ich hab dich eigentlich nicht getreten, damit du stirbst. Wenn du zu blöd bist, darfst du verstehen, dann, stirbst du trotzdem. So. Zack. Ich liebe dieses Ding, jetzt macht dir, also muss ich sagen, hier, hier macht das Spiel ja noch mehr Fun, oder? Hui. Aber ich finde schon geil gemacht. Ich hab mir hier in der Altstadt eine neue Werkstatt eingerichtet und mächtige Forschschatte gemacht. Du musst dir die Logitee unbedingt ansehen. Komm doch mal vorbei, ja? Was? Hat er nicht mit ihm gerade geredet? Hä? Huh? Ah, die, die Missionen gehen weiter. Cool. Ja, richtig geil, richtig geil, richtig geile Sache. Die Missionen gehen weiter. Hi. Hi. Das ist ein richtig geile Sache. Dumm-di-dum-di-dum. Alter, es sieht so, es sieht so geil aus, die Altstadt. Ich mein, ich hätte sie gar nicht mehr so gut, ich hätte sie gar nicht mehr in Erinnerung, dass sie so wunderschön war. Die ist ja echt einfach nur wunderschön. Leider so, selber so viele Zombies, aber sonst ist sie wunderwunderschön. Hi. Das ist ja mal ein geiler Sprung. Äh, was? Mit Blechdose. Weiß ja, warum war ich nicht so viel Blechdose? Der steht jetzt mal auf, ja? Komm. Äh, na, das war ich eigentlich nicht. Jetzt habe ich nicht so rum. Stirb lieber. Weil ich mein, wir haben ja auch alle Nebenquests erledigt, ne? Ne, außer die hier, stimmt. Wieso, da fehlt da noch irgendwas? Hä, da fehlt noch was? Wieso, hatten wir da nicht... Ne. Was kommt da raus? Normaler Zombies, normaler Zombies, normaler Zombies, der irgendwie, er ist ernstig, was drinne ist, ein Selbstmörder oder sowas. Nehmen wir das hier. Nehmen wir das hier. Geil! Läuft bei uns. Siehste, jetzt haben wir noch drei Stücke und haben das erledigt. Und dann können wir uns mal die, seine, seine Superwaffe da angucken. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange diese Quests gingen, aber die Quests haben wir an sich ja auch schon fertig, nicht man da schon. Die müssen wir tatsächlich noch abgeben. Das heißt dann tatsächlich alles soweit fertig gemacht. Damals wäre er unzerstörbar. Wir können ziehen, ja. Aber der stinkt vielleicht. Ich frag mich, ob der sich noch verwandelt. Nicht, wer tot ist. Richtig tot. Was soll der Scheiß? Töne, doch. Wir wollen nicht stören, ne? Alter, ist viel Glück. Mal, ey, ja. Oh, oh, du bist ja, du bist ja der. Aua. Die hab ich damit aber geköpft, eben. Was habt ihr eigentlich für schon? Uh, ihr habt aber schon eine Gönnette Knappwaffen, ne? 220. Ja, warte, aber jetzt sind wir 20, ne? Ich bin hier was Schwächeres. Äh, ja. Geht das mal her. 297. Da hab ich bestimmt irgendwas, was... 228. Weg damit. Und dann wird das hier für. Danke. Cool. Neue Waffen. Ich weiß. Was? Was? Schnauze. Oh. So, noch irgendwer, der aufs Maul will. Ne. So gar nicht. Das ist, achso. Ja, von da kann ich bestimmt nicht rein. Danke. Lass mal euch hier weg, da kann ich mich in den Ruhm gucken. Oh. Ja, der Weg war nun einfach. Das ist schon ein Penner, oder? Nicht dicht in die Finger krieg, ne? War das eben ein versuchtes Attentat auf mich, ne? Was willst du? Du auch weg. Hey! Hey! Da. Da. Genau. Hallalalala. Hallalalala. Hallo! Da wir stören? Cool. Allmählich. selbst und schon sind schon härter als die von und die anderen tisch und er war verbaut oder gerade der eine stunde größer ich ja hatten wir eigentlich auch noch was gab es wieder etwas mit einer herausforderung geben wird bin ich sehr gespannt wie das wird mit den herausforderungen haben wir es ja knacken danke und sie dann öffnete ok 298 das ist doch ich hätte auch ein bestenschläger ach ja du hast genug bellen schläger ja ich geh doch am starten dinge ok man fällt da ins sind durch was der bloß haben bleibt bleiben vom leib bleibt weg danke warte mal ganz kurz das jan genau lässt sich herunter 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 springen und dass man total ok jetzt auch keiner finden auch kein zombies ja das müssten die nun gehört ich lebe noch hallo wie geht's also das ist ein tolles self aus also das ist schon äh ja sehr kreativ gewählt kann man nicht anders sagen muss ich ganz ehrlich sagen geht nicht so und haben wir uns ja schon ein bisschen hier umgesehen und schon mal einiges aufgedeckt alter schwede alter es war nicht ganz lustig haben wir schon mal alles gesehen haben ein bisschen besser aufgedeckt haben schon die safe zu uns dann kommen wir uns ja in ruhe um die anderen schatten anderen scheiß was soll denn das ok 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 ja das ja das ist schon also das was mit dir schon ja ich dachte ich mich sehr nicht richtig alter warum hauup weil das hier wo am anfang im intro das drauf geschrieben wurde am anfang im intro gab es so einen haran dieses in erster folge das bevor man das spiel startet gibt es auch noch ein intro jemals kämpft er oh Gott ich komme danke ich dachte schon ich komme da nicht lebend raus mhm das kenne ich äh so ich bin nochmal weg ne du musst doch mal jemand den bestemschläger craften kann ich das empfehlen ich weiß warum nie einen bestemschläger gerne hat das kann ich verstehen mit dem ich jetzt äh sehr viel mit dem bestemschläger zusammen verprügelt hab dann bist du ja bald gott hallo zum glück macht das kann ausdauer ich glaube in deinem geht an den dead island hat das hat auch ausdauer gemacht ich glaube es ist ein bisschen das bin mir nicht sicher ich glaube ich glaube aber es war ein dead island net machen wir aber kurz durch bei bliegen Was ist das? Wow! Was ist das? Cool! Wir haben es geschafft!